Ich bin's nochmal. Ich glaube, es hat sich niemand diesen ganz langen Abspann angeguckt, deswegen werde ich das kurz als eigenes winzig kleines Video noch anfügen. Seht mal hier, ich habe noch lustige Statistiken gefunden, für die wir noch Achievements bekommen hätten. Also zum Beispiel, wie gesagt, das mit den Dosenpyramiden, da habe ich nur am Ende dann eine. Thermosflaschen, ich dachte, ich hätte so viele. 76 von 100, aber wir haben alle Radiosendungen angehört. Kisten hätten wir jetzt am Ende bestimmt auch noch gefunden. Es hätte nur noch eine Fernsehsendung von Nightsprings gefehlt. Schilder erzählen von 25 Wecker und Starschnitte. Ich wusste gar nicht, dass man die auch hier sammeln kann. Und Nightsprings Videospiele. Finde ich interessant. Hatte ich überhaupt keinen Blick drauf. Wusste nicht, dass das noch Sammelsachen sind. Naja, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich finde auch die Killstatistiken ganz lustig eigentlich. Guckt mal, wie viele erledigte Vögel. Der macht hier gerade Lara Konkurrenz. Auf jeden Fall wollte ich das hier einfach nochmal kurz zeigen, weil ich es ganz lustig fand. Ansonsten Wiedergabe. Filmsequenzen, Radio, Manuskript und Soundtrack. Kann man sich hier nochmal anhören. Ist eine nette Sache. Zum Ende dieses Spiels. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Bis Montag. Ciao. Bis zum Ende.